So, es ist soweit. Ultima Classic heute aus Kerpen. Endlich den neuen Golf gefunden. Das ist er. Da sind die Papiere. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Sucherei hat endlich ein Ende ohne viel Fahrerei quer durch die Bundesrepublik. Ich bin in Kerpen fündig geworden. Mit roter Innenausstattung hätte ich natürlich normalerweise nicht gemacht. Aber bis nach Bayern fahren, das muss ja noch nicht sein. Deswegen habe ich hier zugeschlagen. Das Auto hat zum jetzigen Zeitpunkt wenigstens einen super Zustand. Es sind sogar die schicken geschmiedelten Felge drauf von Fuchs. Und da ist mein Alter. Jetzt habe ich im Moment zwei SLKs. Da ist der Chris. Der ist dafür zuständig, dass das Ding in Neuzustand versetzt wird. Das ging ja auch nicht mehr. Hier Rost auf der Haube. Kannst du nicht mehr so rumfahren. Was ist das denn? Facelift, Pre-Facelift. Und das Auto, das soll mir jetzt jahrelang Spaß bringen. Bin ich echt happy. Nach zweieinhalb Jahren Suche. Endlich finish geworden. Sehr schön. Jetzt können wir loslegen mit der Sanierung. Mit der Kernsanierung. Und der geht weg. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Sonst hätte ich mir den ja nicht normal gekauft. Sehr schön. Und dann hat er angefangen zu rosten.